Morgen im Gewandhaus, eine Premiere für uns. Was heißt für uns? Miguel ist heute zum ersten Mal hier. Höchste Zeit, dass ich wieder mal ins Konzert gehe. Da wird auch ein Posten dagegen, eine Orchesterstelle oder so. Na passt doch, Musiker hören gut, ideale Zeugen. Hoffentlich hat jemand was gesehen. Das ist überleben, Miguel. Eine junge, brünette Frau, sie gehen in der Nacht.